Boah! Was hat er... Hast du dich gesehen? Ja, du hast... Oh, Mann! Du bist gefangen. Was ist los mit dir? Ich weiß nicht. Ich hab Angst. Du hast gleich auch einen Pilz. Nein, ist nicht. Einfach durchlaufen. Einfach so. Einfach so eine geniale Idee oder sowas. Hä, warum so ein Mini? Mann! Du hast was geschafft. Ey, Mann! Geh weg, wohin mit dir! Ich hab keine Bock auf... Ich hab keine Idee, aber du hast... Das ist meine Schuld. Ich hab dieses Scheiß noch überlegt. Der lag, komm... Du weißt, dass du halt... Speedtest du gedrückt hast, ne? Also... Geschwindigkeit hast du. Der war zu Mini springen. Achso, kann ich doch noch mal... Nein! Guck mal, das wollen wir, dass du das jetzt hast! Ja! Ich kann nichts dafür! So ist das Spiel auch so. Liebespiel... Nein, ne? Wie war das? Wie so ist es nicht? Nein! Obwohl es egal ist, leider... Leider! Das war so. 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 Das ist jetzt nach links. Das ist doch. Wie. Ne, jetzt kann er sterben. Wie. 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 ich verstehe nicht dein Problem warte doch die Wärter so große Angst vor Spinnen oder was ist das los ja ich hab an zu sterben du bist zu hoch oder nach der Wurz wie machst du einfach nicht den abtreiblichen Weg einfach ich bin nein 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 das ist ein okay nicht nur mehr groß ist das ziemlich schön das ist als ich gemacht habe was er will die Säße die Tätigte die Prozent der Hörer der Karte die Karte Prozent die Jahre der Karte der Karte der Karte der Schmiede 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 die die Drehzahl an die Jahresmacht was er war es als er eine Ereignisse hier wurde die geräusche doch muss die im Grunde was sie das ist aber er bei mir bei der Spindel gestorben also die können die letzten Pilskriege bei denen kleine Röhre oder letzte Münze wahrscheinlich Ostern man sieht ob du es dann schaffst die weiter ist ein Vorteil für uns jetzt schon Riesenfilz um später oder erst mal die Flagge nein jetzt da können wir kein items aber lagern das ist nicht schlimm ich glaube so schlimm wird es schon nicht sein du weißt ja Gott, du spielst gerade zurück zu uns wir wissen nicht, dass du sterben willst also zeigst du uns den Weg so das können wir alles analysieren ich weiß du kriegst mir doch zu da war es kein Spaß ich weiß deswegen freue ich das auch ich schaff das in einem Versuch niemals doch 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 du hast gesehen, zu was ich zustande bin du hast es gesehen ich habe drei Monster auf einmal getritten ohne dass ich das was ist das aha ich nehme die unteren das macht zurück kein Unterschied obwohl nein ne noch nach oben ne nach oben hä ach so ach so ich weiß schon voran voran ne anfangsdichster ach so doch mit der anfangsdichster ich habe jetzt auch kein Kopf gedacht doch mit anfangen ne ach so ach so meinst du das ich habe meinst ach egal egal dass du meinst dass der da hier jetzt oben wäre ach so ne egal egal ich habe euch jetzt sehr viel gesehen vom Level du bist du ja ich bin du bist du du bist du nicht du bist du nicht YouTubery okay sag mal dann nichts okay tschüss ne traurig losdrücken hm verdammt hier ist nichts laut du kannst reden ehrlich das war nur Spaß ähm wir machen jetzt sowas ja oh das klappt ich kenne nicht ich glaube du stirbst dann wir sind wenn es sei ganz recht ja ist also oben rechts ja wie wir so umgeregt ankommen dass das Problem anlaufen wenn du anwalt anlaufen springt da hoch hier nein dahin und dann macht noch mal die Träger davor gemacht dass ja so hat er wirklich geschafft hast du zu Teilen genau was war jetzt gleich gleich jetzt ja 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 wenn du ich habe ein Problem damit ich habe nichts mehr gesehen als wir Münzen. Warte so eigentlich. Ich finde ich sterb. Hä? Achso. Münze. Ja. Ah. Nein. Ich kann einerseits den Tod springen oder einerseits das schaffen. Irgendwie denke ich, ich muss es so machen. Dann hoch. Und dann so. Aha. Eeeh. Was ist denn? Oh. Egal. Wieso ist es ein ganzes Punkt? Ich überlege gerade, ob ich... Ne, das andere war falsch. Hm, wäre unsicherer. Ich verstehe gar nicht, warum es kein Safe-Bond da ist. Jetzt aber. Ach. Ja, wo denn? Da gibt es ja nichts. Hier. Okay, wir sind gleich am Ende. Das macht das toll. Ich denke ich manchmal ist es auch schief, aber... Nein. Nein. Einfach rüber. Sieh. Oh. Ich glaube ich weiß, dass ich Quatsch gemacht habe. Also ich hoffe, ne? Den muss ich wirklich machen. Das war das letzte Mal. Ja. Riesmann ist los. Warte erstmal sehen, wie der Boss aussieht. Irgendwie glaube ich da muss... Man muss... Dann noch was... Ja, so. Wird nicht hier benutzen? Ich bin mir so sicher. Wettenklar. Wettenklar. Warte. 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 Ich drücke mich aber. Wie ist egal. Ey. Was? Ey, ich bin drin. Nochmal 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 nochmal. Aber ich habe das funktioniert eh nicht. Guck jetzt. Was? Nein, du hast eine Lücke hier, du hast. Kommt noch mal so um Wasser und Wetten. Ja, ich bin um Wetten. Ich bin mir auch sicher. Aber ich habe am nächsten ist es so, springen, springen, springen und das da hilft, glaube ich Riesen nichts. Hä? Da kommt noch was? Wie? Na extra wird, so zu sagen. Ja? Ein extra wird habe ich mich nicht gedacht. aber ich habe eine rechte Städter der Kusserbettung dann gegen eine andere Welt das ist ein Jahr anders und andere Welt damit also ein neues Land doch Fickdichtor er ist voll schlau gemacht das ist so gut so dort ist noch länger das Spiel er hat speichern nein wir müssen karten machen jetzt 1 2 3 4 5 ok weiter geht's ich hatte letztes diesen beiden da ich weiß nicht was machst du jetzt ich habe nutzt die kuppe um ihn zu töten bei der eigene rasse die musik ist geil 64 die musik ich habe vor und ist bei mario mario 64 für die ersten zum beschenken auch war mit uns umgehen ich habe sie bringt langsam so sehr mit die mussten ja wenn du geschützt wenn nun anschließend noch ein paar schützen die das ist aber gut ja noch ein die supermacht hier ist die erstes gut kann machen muss die meinte daumen ihr könnt euch alle daraus oder ja wenn er ziemlich sogar die abkürzung noch getragen und so weißt du das ach so die nein bestimmt nicht bestellen jetzt hat man traurig aber war und mann zumindest gefahren ich habe ihn zu uns die gleiche spiel großmeister Ich bin leise. Nein, war leise. Wir sind großmeister. Schau das hier mal witzig an. Was hab ich da grad getroffen? Das ist ein Feuerkugelball. Ja, ich mach's das. Q2 ready? Ja. Immer weil es ein Feuerkugel. Dankeschön. Ja, aber heute komm mir gar nicht zu erdauern, und dahin Läden aufzunehmen. Ah, Dau? Hast du ja auch Dau gesagt? Nein. Doch hast du gesagt. Na, ich meinte, wir kommen... Wir kommen heute gar nicht, ähm... Wir kommen heute glaub ich nicht, ähm... Dazu. Dazu Läden aufzunehmen. Und scheiße. Egal seit dem Mario. Das Ende kann man da hochladen. Mario lad ich da auch hoch. Wie konnte ich da auch nicht? Ja, aber er soll die Statur durchschauen. Ich hör mir doch das Passwort hier. Wow. Wie soll ich sagen? Die Bonus Ritzel machen, die bringt dir gar nichts. Ritzel, Ritzel. Oh. Ritzel, Ritzel, Ritzel. Ritzel, Ritzel. Ich hab die Ritzel nur gemacht wegen der Storby. Allgemein halt die gar keinen Bock auf die Ritzel. Ja, Ritzel. Ritzel, Ritzel. Das ist echt so. Ich mag die Storby. Das Spiel, das Spiel, das Spiel besteht aus Ritzel oder so. Ich weiß nicht, so ich mag es ohne Ritzel. Das ist der Film, der jetzt hier in Eisgeld geguckt. Oh. Oh. Das gibt's gut, die Animisierer als. Nein. Manga. Nein, die gibt es. Ich glaube, alle mehr auch. Doch. Ein Film gibt es. Habt ihr gesehen, wie ich geschaut habe? Aber ich war ruhig. Ich hab mich konzentriert. Ich weiß. Ja, mach doch einfach. Dann willst du hier. Du kommst nicht da hoch. Ehrlich, wie kommst du da hoch? Von da, ne? Ja, nein, allgemein, wie kommt man da ganz hoch? Ritzel. 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 Lange musst du los? 20, 25. Weißt du, noch 14 Minuten oder wie? 3 und 4. Oh. 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 What? Was además verändert los okay. Muhi … Musiker syst considärenders auch auch Drogen. gerutscht also das ist jetzt nur insgesamt hier ja ich muss wirklich denn ich war nicht schon um 20 Uhr ich wollte um halb auch schon die längs links 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 das sind aufgepasst Ich muss noch was machen. Das geht doch mal. Was hast du jetzt dagegen gemacht? Hallo? Die bei mir. Hallo? Stamm! SPRING! Was ist los, ey? Ich dachte, ich hab das nicht gedacht. Was soll ich? Er hat so Glück gehabt. Ah, nein, Spaß! Kann ich noch? Ja, ja, ja! Oh! Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Nein! Warum hast du denn zu dir gekommen? Wartest du gerade, dass Hammerbruder zu mir kommt? Ja. Der Ungläubiger. So. Deswegen bin ich noch von rechts gegangen. Ach wirklich? Ja. Das weiß ich gar nicht. Ich dachte auch, also kann man nach links. Egal, wir haben was Neues gelernt. Alex kriegt den Hammerbruder. Was? Nein, ich kriege ihn nicht. Ich muss doch geschafft das jetzt. Okay, so. Oh! Oh! Das war verdammt noch mal knapp. Ist gerade gewölbst? Ich nicht. Oh! wenn sie lieber Blume haben. Nein, jetzt aber. Hast du es geschafft? Stopp noch. Guck. Also hab ich auch schon was bei 10. Ja. Oh! Ah, noch auf links. Aha! Ach so. Hü, hü, hü. Ja, wie wir. Hä? Nichts ist auf links. Das ist aber ein Anlauf von links gesagt. Ja, okay. 300. Bleib da, ich bin gegen ihn nicht. Ja, der Blume ist. Ja, der geht einfach da. Geh weiter. Ja, wirklich noch. Hü, hü. Ja. Toll. Okay, weiter geht's. Hm. Du hast es in 10 Minuten. Schaffst du das in 10 Minuten bis zum Boss? Könnte ich schon alles in den Rest machen? Man will den Boss aber auch sehen. Gerne aber. Dann bleibt doch. Was war es? Ne, ich bin oben. YouTube ready? YouTube ready? Hä? Ohne den Dicksohn. Ääh? Ääh? Ääh, schon fett, boom, boom. Fettibumm bumm, extrem. Und ein Laufen, Naruto. so soll das ersatzstellung und ein laufender roto anstatt zu sagen sagen irgendwas anderes so war der hammer oder so fett ich habe bei layton 1 da gibt es echt einen der richtige da kann man sagen jetzt wenn die vom boom er ist so fett das ist richtig gut nimmt so viel platz vom raum weg und dann muss die ganze bildschirm weiß nur beim familiegeier deine eigene lumpen umluftbahn eine umlaufbahn das kenne ich ja auch wenn ich ja bei peter eigene umluftbahn umlaufbahn ach so ein buch das fliegt so herum der bonik oder fernseher scheiße noch ein hammer bruder und der konkurrenz für dich begonnen die linke so der nächste schutz für was denn ich weiß nicht es kommt gleich raus auch noch nicht und obwohl sie bezählen bis bald beim Ziel und sie gibt es jetzt nicht so gibt diese Fettsäcke was man muss ihn benutzen wie das ist das problem jetzt kann ich ihn eigentlich umbringen muss auch so ich glaube ich glaube wir dann durchgerannt jetzt auf einmal in einem zeitdruck schaffst du alles sehr schnell die mussten und mach einfach bitte die übertrennen es wirklich du musst immer die spitze hinaus und sie haben die vierte in ihnen das ist ein gesundes mit zwei verletzten zwischenboss und nach der ein paar Worte komm auch einfach wir machen das heute durch wie man das andere wie man das andere mal das ist noch zu sammeln das ist die dritte diese fette grün mädchen dort die sohle die sohle nicht die kinder von Kupas das sind Bomben ach so Worte geteilt so Piranha kann sich nicht um Piranha-Planzen mit Bomben kommt sowas raus doch hier kann ich was Bomben ja das ist ja Piranha-Planzen mit Bomben grün ja das ist ja das ist nämlich immer ein bisschen Pflanzen die Liebe Bomben 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 ja ist klar wie soll man mal aufs Jahr schaffen bisschen warten ich würde es nicht riskieren ich würde es nicht riskieren ja okay jetzt gibt es you have to power you have to power hä der fängt wo an zu explodieren aber da gibt es auch die nütze noch auf den Kopfschule ja scheiße muss durchrennen ich habe auch ziehen boah das fitten die sein Leben man das war knapp ach die zweite fehlt ja ja egal wir wollen die Poste ich kann später alle müssen Scooters in fünf Minuten zwei Wetten geschafft hey wer schafft es noch in der Zeit ähm ach egal ich möchte so ich habe erstmal nach links zu gehen ich habe auch lange erledigt die ich konnte äh 2 warte Krimi ein Riesenpitz eigentlich wie muss andere Wetter denn hingehen schon mal ja ja dann ist es knapp ja die Welt geht schnell man sieht es unten ja wir lernen aus dem Spiel ja welche wenn er irgendwelche macht so scheiße man scheiße man so was auch so was auch ach so sprung hey wenn du das das geht sogar ey dank mir NEIN DER KAMPOTEN AUS NEIN DER KAMPOTEN NIE ich habe doch gespringen ich bin ich nicht gestraft du bist ja nur auf diese Stachel gekommen kapotermin ist rausgegangen wie hörst du draufstehen das muss ich gerade sagen wieso wusstest du das ich weiß nicht wie hörst du draufstehen wo kommt jemand wo kommt jemand scheiße nix hast du gehört ne ja ey er hat sich auch egal im Video sieht man das ich war Anmerkung 50 hier wer ist dein Kopf hier oh er hat es gerade die ganze ganze gesie komm 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 ich weil ich fast gestorben bin wie hast du das hinbekommen sag mal ich bin cool oh oh ich weiß auch nicht oh nein oh nein oh Mann hätte ich das ein wirklich nur eine halbe Sekunde eine halbe Sekunde vielleicht eine ein Viertel Sekunde da hättest du verstanden was sofort weiß und da hättest du so ich habe schon alle gelöscht habe alle alle wohnen 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 in der luft bitte machen wir das ja ok doch doch ich habe jetzt egal er kommt glaube ich nicht soll ich ihn gewinnen soll ich glaube am Anfang ich soll ein Pilze oder sowas ja stimmt du bist ich war gerade so seltsich ich war gerade so seltsich mann wir haben 50 Minzen wir können so viele Dinge damit machen wieviel wir können Noten kaufen Marius Noten kleine Gompass kleine Gompass Gombrinas 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 warum mein ach so egal ich dachte du war nicht Gombrinas ok Perf Mario da gab es die witzigsten Namen und deswegen kam ich auch Gombrina die hieß du aber doch die ist ein bisschen anders dort auch kommt die Sorge ja oder nicht Gombrina das kann ich um Werthold da kommt weiter muss ich um und Guberto komm oder komm komm Christina was du jetzt warum was kann hier oben bei mir war es gar nicht oben welches das letzte nach links nach links nach links nach links warum soll ich nicht nach links nach rechts guck mal gar nicht mehr weiter wo ist was soll man da machen kann man speichern man muss auf das ding schnaft verdammt mach einfach mach einfach mach einfach ich hole mir einen Pilz dann kann ich speichern oh man ey ich soll nicht umgehen mir haben ist noch zwei Welten ey da sind noch zwei Welten eigentlich nur eine warum nicht immer eine Welt dazu und ja okay ein zweiter was sagt ihr die wetten können wir jetzt abschließen micro in meiner marktung der pilz aha das heißt ja doch doch sogar sehr reingeschwungen ich habe irgendwie gewusst dass ich mal gut bekomme keine menschen ich habe gedacht dass jetzt von alleine speichern aber hatten die gespeichert hatte was jetzt mal gespeichert die musik ist die gewinnt kann ich nicht auch in unserem Leben verdammt ist es jeder von der Schöpfung der Züchel stimmt um jetzt wenn er sich nimmt das spätigende wenn wir in dieser Stelle das ist ein Koffer das ist das ist besser sie ist so betreffend ich den dinge auch nicht so schnell es quitscht langsam Kontrolle nach links, nach links, nach links ach so, das meintest du? ja, ich hab... ne, ne, ich hab das gar nicht verstanden das mal so viel Sprungkraft gleich, gleich wir müssen Riesenpilsen, ne, dann können wir speichern glaube ich, also da kommt auch wir müssen gleich eine andere Welt oder was ne, 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 ich meine, da können wir speichern wenigstens so, und ich weiß es oder wir können die Riesenpils benutzen nachdem, okay, stimmt auch wieder, ne der nächste, wenn du jetzt stürmst, dann gehen wir zu den Riesenpilsen und zu speichern und wir löschen mich dann um alles abholen ja, ich bin total stumpf, ne das, ne nein, das, ne tschüss, ne tschüss, ne Tschüss, ne das, ne oh, so gar nicht immer die das musste kommt dann nicht weiter, oder? oder? waaaah ich hab den Fahnen gut, aber ach so, okay ist ich von jetzt da? ja, aber ja, ist da, ist da also geh im oben, dann gehts